Hallo, heute geht es ums Tempo. Wir haben zwei ganz tolle Gäste bei uns. Ich bin der Marius und ich die Ida. Und das ist die Band. Und wir haben uns heute Hilfe geholt, nämlich das Metronom. Und ihr kennt auch die Uhrzeit, 60 Sekunden pro Minute. Wir brauchen 60 Schläge pro Minute. Und dabei hilft uns dieses Metronom. Wir machen jetzt verschiedene Bewegungen zu den Schlägen des Metronoms. Ida, hast du eine Idee? Wir könnten ja klatschen. Oder wir könnten auch auf die Schenkel klopfen. Oder wir laufen zu den Schlägen. Oder lass uns mal den Kopf dazu bewegen. Wir können auch einfach in die Knie bei jedem Schlag. Und dann mit den Händen und Armen Freestyle machen, was wir wollen. Wir können alles Mögliche ausprobieren. Alles passt dazu. Beideein. Beideein. Untertitelung des ZDF, 2020